So, da bin ich nochmal zurück. Wir haben nämlich im Shop-Video heute Morgen etwas ganz ganz Wichtiges vergessen. Denn wir bekommen noch einen kostenlosen Hängekleider. Dafür müssen wir eigentlich nur etwas ganz simples machen. Werde ich euch gleich direkt zeigen. Ihr seht hier den Hängekleider. Der ist auch auf dem Bild drauf von dem Thumbmail von heute Morgen bzw. von eben. Aber wir bekommen noch einen Hängekleider. Nämlich den hier. Wie ihr seht hier ist der ganz rechts. Den habe ich auch als Free markiert, aber habe total vergessen vor lauter Star Wars Historie euch das zu sagen, dass wir den rechten Hängekleider hier umsonst bekommen. Nämlich, hier ist nämlich das passende Bild dafür, Star Wars Event in Fort Light. Das Star Wars Live Event holt euch den kostenlosen, hört zu, kostenlosen T-Whisperjäger Hängekleider. Wir müssen einfach nur morgen um 20 Uhr im Spiel sein. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwie unterwegs seid oder sonst was, holt euch Fortnite aufs Handy, dass ihr irgendwie in die Lobby reinkommt. Irgendwo einfach im Spiel sein, damit ihr diesen Hängekleider bekommt. Weil noch mal kurz, der kostet eigentlich, ist ja komplett vergleichbar mit dem hier. 1200 V-Bucks, also der ist eigentlich auch 1200 V-Bucks wert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil die Kleider geben sich nicht viel. Ist eigentlich schon ziemlich ähnlich das Ganze. Aber natürlich für umsonst holen wir das natürlich gerne mit. Denkt dran, auch hier bitte ein Like da lassen. Ich muss einfach dran erinnern, weil ihr wisst ja, Likes bringen ein Video immer weiter nach oben. Also alle der Supporter da draußen, Like nicht vergessen. So, das war es eigentlich schon damit. Das wollte ich euch eigentlich nur kurz sagen. Alle anderen, die jetzt komplett neu hier sind, wir machen Custom Games mit Preisgeld, Skinverlosung, alle 800 V-Bucks, die wir heute in Rette die Welt sammeln. Also auch ihr, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne auch meinen Creator Code benutzen. Und dann würde ich sagen, in der Sache war es das auch erst mal. Euch schon einen schönen Tag. Wie gesagt, kurzer Nachtrag zum Shop-Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein!